hallo liebe freunde und willkommen beim digital folks in diesem video möchte ich euch mal was neues vorstellen zumindest war das für mich neu und zwar ein magnetisches kabel ja aber nicht die stecker sind magnetisch sondern das kabel an sich ich will mal sagen wir schauen uns das ganze mal zusammen an hier habt ihr noch mal so ein bisschen die verpackung könnt ihr mal so ein bisschen gucken aber es ist im prinzip nichts besonderes hier seht ihr schon es gibt natürlich auch verschiedene arten davon und ja ich habe mich natürlich für die iphone variante auf usb a entschieden und ihr seht es hier vielleicht schon es klebt so richtig aneinander es ist einfach magnetisch das ganze ist natürlich super aufgeräumt und wenn ihr das ganze dann verstaut dann habt ihr halt immer diesen effekt dass das kabel halt einfach aneinander klebt sozusagen es hat einfach immer aufgeräumt sieht immer ordentlich aus also das war mir komplett neu der hersteller hat mich angeschrieben ob ich das ganze mal für euch testen möchte und ich habe gesagt na klar nehme ich zwei stück und ihr seht schon das ganze drückt sich dann automatisch dann immer ordentlich zusammen also finde ich mega praktisch wir schauen uns mal hier ein bisschen die verbindung an hier ist zu leicht gummiert und hier wirkt es aus metall quasi und hier ist noch mal so auch dieses plastik hinten quasi mit dem hier zusammen sehr gut verarbeitet das ganze sollte ich auch relativ lange heben hier das gleiche prinzip natürlich und wir stecken das ganze mal an ihr seht schon das ist die länge so insgesamt meter jetzt wahrscheinlich auch in anderen größen welches wir uns mal unten verlinken natürlich in der video beschreibung und wir stecken das ganze mal hier an um uns das anzuschauen ja lädt natürlich perfekt so sieht das ganze aus wenn es sich eingesteckt ist wir können das natürlich dadurch dass es ios ist so rum oder so rum einstecken wie gesagt finde ich mega cool werde ich euch auf jeden fall unten verlinken ich hoffe das video euch gefallen falls ihr fragen habt oder ähnliches schreibt mir das unten in die kommentare rein würde mich auf jeden fall freuen lasst mir ein like da bis zum nächsten video euer digital folks bis zum nächsten video